Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass ich jetzt nicht so viele Videos mehr in der Vergangenheit rausgehauen habe. Es lag unter anderem daran, dass ich im Urlaub war, was wunderbar war. Aber es lag auch daran, dass mir so ein bisschen, ja so ein bisschen fehlt mir es aktuell an Technik, die mich wirklich stark interessiert. Sowas kommt immer mal wieder vor in meinem Leben, meistens jedes Jahr im Sommer. Und so ist es auch wieder jetzt der Fall. Natürlich kamen die Google Pixel Geräte raus oder auch die Samsung Geräte. Ich habe übrigens jetzt ein kleiner, kleiner Hint an die Samsung und Google PR-Agentur. Leider Gottes habe ich aber gar keine Produkte bekommen. Kaufen kann ich mir die ganzen Foldable Geräte beim Samsung Galaxy Z Fold 6 Fall oder auch die ganzen Google Pixel 9er Reihe. Kann ich mir alles leider Gottes nicht kaufen. Ich hätte auch gerne das Samsung Galaxy Flip das neue getestet. Ja, habe ich leider Gottes nicht bekommen. Vielleicht hätten mich diese Geräte begeistert. Aktuell, wenn ich mir die so angucke, begeistern sie mich aber dann leider Gottes doch nicht so sehr. Also auch nicht so sehr, dass ich dann sage, okay, vielleicht kaufe ich das eine oder andere Gerät dann doch und teste es gemeinsam mit euch. Aber Thema Foldable. Kommen wir mal direkt zu diesen neuen Foldable Smartphones, die so auf den Markt gekommen sind. Sei es aber auch von Google zum Beispiel. Das ist so ein spannendes Thema. Ihr habt es ja im Titel schon gelesen. Und wenn ihr mich länger verfolgt, dann wisst ihr ja eigentlich auch, dass ich unbedingt als nächstes ein Foldable Smartphone haben will. Ich habe jetzt ein Samsung Galaxy S22 Ultra, immer noch seit zwei Jahren. Ich bin eigentlich auch zufrieden. Dennoch, es gibt so ein paar Punkte, die mich eigentlich dazu hinbringen wollen, ein neues Gerät zu kaufen. Einen neuen Daddy Driver als Smartphone zu haben. Und zwar will ich unbedingt ein Foldable Smartphone als nächstes haben. Weil ich selbst gemerkt habe, dass ich jetzt auch wieder im Urlaub übrigens, ich nehme immer mein iPad noch mit. Einfach ein Tablet, um wichtige Sachen zu machen. Und zum Beispiel mein Steuerberater, also ich wusste, dass mein Steuerberater mich im Urlaub anschreiben wird und ein paar Fragen stellen wird. Leider Gott sind es mehr Fragen geworden sogar, als ich dachte. Und dass ich dann eben doch nochmal so ein bisschen recherchieren muss und meine Bank reingucken muss, irgendwelche PDFs suchen muss, Rechnungen suchen muss, etc. pp. Und das Ganze mache ich einfach viel, viel lieber. Also geschäftliche Sachen, Bank-Sachen, auch Recherche mache ich einfach viel, viel lieber. Nicht auf so einem Smartphone, sondern auf einem größeren Display. Auf einem Tablet wenigstens. Da ich meinen MacBook nicht mitschleppen wollte oder irgendwelche anderen großen Monitore hier, habe ich mich halt dafür entschieden, das iPad mitzunehmen, so wie ich es dann immer mache. Und mit dem iPad konnte ich dann auch alle Fragen beantworten, alles erledigen, geschäftliche. Und konnte auch ein bisschen was tippen und so weiter und so fort. Naja, lange Rede kurzer Sinn, ist mir deswegen aufgefallen, ich schleppe immer noch ein Tablet mit. Und dieses Tablet will ich nicht mehr mitschleppen. Und das ist der Grund, warum ich dann auf die Idee kam, ja stimmt, deswegen so Foldable Smartphone ist perfekt für mich. Ein normales Smartphone und dann aber auch kann es umgewandelt werden zu einem Tablet. Jetzt kommen wir aber zu den Problemen. Die ganzen Tablets, die es auf dem Tablet sage ich schon, die ganzen Foldable Smartphones, die es auf dem Markt gibt, gefallen mir nicht. Meistens, weil sie einfach zu klobig sind. Wie auch beim neuen Samsung Galaxy Z Fold 6, glaube ich, heißt das, oder? Wenn ich mir jetzt nicht irre, auch da ist der Fall, es ist zu schwer, zu dick. Mag ich nicht. Ich trage mein Smartphone meistens in der Hosentasche und da will ich nicht die ganze Zeit so ein dickes Smartphone in der Hosentasche einfach haben. Das ist der Grund, warum ich dann natürlich das Honor Magic V2 damals gut fand. Habe mich auch auf der IFA begeistert, dann hat es ewig gedauert, bis es rauskam. Ich durfte netterweise aber auch die China-Variante schon erstmal testen, von Trading Shenzhen im Übrigen, vielen Dank dafür. Und dabei ist mir dann aber aufgefallen, irgendwie haut mich aber die Software und auch die Kameras einfach nicht um. Und ich brauche halt gute Kameras. Gut. Das sind alles die Themen, warum ich halt unbedingt ein Foldable haben will, beziehungsweise was mir halt wichtig ist. Und damit kommen wir jetzt zum Honor Magic V3. Bitte, 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 lass das jetzt die Eier legende Wollmich-Sau für mich persönlich sein. Nicht für alle draußen natürlich. Aber ich gucke mir jetzt das eine oder andere Video zum Honor Magic V3 an und auch die ein oder anderen Infos hole ich mir jetzt aus dem Internet. Und dann verrate ich euch innerhalb, für euch wird es nur eine Sekunde dauern, im Endeffekt jetzt gleich verrate ich euch, was das Honor Magic V3 alles so drauf hat. Also, die Spannung kann wie gesagt für mich persönlich kaum größer sein. Am 05.09.2024 wird das Honor Magic V3 halt auf der IFA direkt in Berlin hier vorgestellt. Ich komme ja aus Berlin, ich wohne in Berlin, mein Studio ist in Berlin und ich werde natürlich auch in Berlin dann auf der IFA sein und mir das Gerät genauer angucken. Also zum einen auf dem Event sein und dann auch mir das Gerät bei einem Extra-Termin genauer anschauen und hoffentlich auch ein paar Videoaufnahmen machen können, um euch dann in ein paar Tagen das erste Video mit dem Honor Magic V3 in der Hand zu zeigen. Ich bin gespannt, ob das Ganze klappt. Ich hoffe es, vielleicht kriege ich sogar Testgeräte, das wäre auch ganz geil, falls ich kein Testgerät bekomme. Aktuell bin ich so kurz davor, ein Honor Magic V3 dann direkt zu bestellen am 05.09.2024, falls es bestellbar ist. Apropos bestellen, habe ich euch auch noch nicht erzählt natürlich, aber ich habe jetzt vor ein paar Tagen das Google Pixel 9 Pro Fold bestellt, weil es wenigstens auch so schön dünn ist. Die ganzen China-Hersteller kriegen das alle so super hin. Ja, also das neue Xiaomi Mix Fold 4, das übrigens auch auf dem Weg zu mir ist, werde ich auch testen, einfach weil ich jetzt gerade so interessiert bin an Foldable Smartphones, ist schön dünn. Das Google hat es jetzt endlich auch hinbekommen, halt kein China-Unternehmen, ich weiß, aber die haben es endlich auch hinbekommen, dann quasi für uns, auch für unseren europäischen Markt, so ein schönes, dünnes Foldable Smartphone hinzubekommen, ich glaube 10mm oder so. Das Honor Magic V3 ist übrigens immer noch das dünnste Foldable Smartphone auf dem Markt mit 9, komme ich gleich ein bisschen genauer zu, kann ich euch gleich sagen, aber 9, noch was Millimetern zugeklappt übrigens. Wir reden jetzt über den zugeklappten Zustand, aufgeklappt natürlich dann 4,2, glaube ich, Millimeter dünn, das ist nochmal ein anderer Punkt, aber ich will ja, dass es zugeklappt, wenn es in meiner Hosentasche ist, sich anfühlt einfach wie ein ganz normales, stinknormales Smartphone. Und auch natürlich ein ausreichend Display vorne hat, dass man das Außendisplay auch oft benutzt, weil ich werde das Außendisplay immer noch öfters benutzen als das Innendisplay, das weiß ich einfach. Aber jedenfalls, warum habe ich denn das Google Pixel 9 Pro Fold wieder storniert? Ihr konntet euch wahrscheinlich denken, dass ich es storniert habe und ja, ich habe es wieder storniert ein paar Tage später, weil ich gesagt habe, nein, es kann nicht sein mit sage und schreibe 257, rund 260 Gramm ist es mir einfach zu schwer. Ich will kein 260 Gramm, ich bin schon, ich finde es okay, bis 230 Gramm gehe ich mit, bin ich jetzt auch immer mitgegangen, war völlig okay, aber 260 Gramm, nein, danke. Also es ist zwar dünn, aber hat einfach, leider Gottes, ein zu hohes Gewicht, auch im Vergleich zum Honor Magic V3. Das Honor Magic V3 hat ein Gewicht wie ein normales Smartphone und ist dünn wie ein normales Smartphone und hat den besseren Prozessor, nämlich den Qualcomm Snapdragon 3 verbaut, den SoC, nicht wie bei dem Google Smartphone, natürlich den Google eigenen, der auch nicht super schlecht ist, aber trotzdem in ein paar Werten immer noch ein bisschen abstinkt im Vergleich zum Qualcomm SoC. Und dann auch natürlich der Akku. Der Akku ist hier ebenfalls richtig, es ist mindblowing so ein bisschen. Ich verstehe es gar nicht, wie das Honor hier geschafft hat, diesem schmalen Gerät. Also warum schaffen es die anderen dann nicht wenigstens? Das ist die Frage vielleicht nicht, wie haben sie es geschafft, sondern warum schaffen es die anderen nicht? Google hat da auch einen viel kleineren Akku verbaut. Aber ich will es ein bisschen strukturierter hier aufbauen. Ich habe mir die ganzen Infos reingeholt und das Magic V3 verspricht halt einfach das dünnste und leichteste Foldable Smartphone auf dem Markt zu sein, was eben für jemanden wie mich extrem wichtig ist, immer noch die wichtigste Komponente ist, diese beiden Faktoren. Für mich ist halt die beste Kombination aus Portabilität und aber auch Funktionalität halt wichtig. Und das könnte halt so ein absoluter Game Changer sein. Ich glaube auch, dass das für viele der Fall sein wird. Ja, vielleicht schafft es Honor jetzt ja mit dem Magic V3. Da ist halt extrem wichtig, was ich jetzt immer noch nicht so richtig weiß, ob mir die Fotos und Videos gefallen werden, die man damit produzieren kann, plus ob die Software in Ordnung ist, ob die, ja, mich einfach anspricht auch. Und plus die Features, die es dort gibt vielleicht auch. Diese Faktoren, also Kameras plus Software plus vielleicht auch Updates, wenn sie da den Sprung schaffen noch, dann ist es so ein wirklich so ein Game Changer und da führt nichts mehr an einem Foldable Smartphone vorbei, so gefühlt jedenfalls. Mit 6,43 Zoll gibt es hier trotzdem noch ein Außendisplay, also ein 6,43 Zoll großes Außendisplay und das Innendisplay ist 7,92 Zoll groß. Deswegen hatte mich übrigens das Google Pixel Fold 9 8 Pro, ihr wisst schon, was ich meine, dieser Name ist auch so schrecklich irgendwie, keine Ahnung, naja. Deswegen hat mich das ja interessiert, weil da hatten wir, oder haben wir ein 8 Zoll Innendisplay. Das ist das größte Innendisplay auf dem gesamten Foldable Smartphone-Markt. Hier haben wir halt nur ein 7,92, aber vielleicht ist der Unterschied nicht so ganz so groß. Dafür habe ich lieber ein dünneres und leichteres Gerät natürlich. Ich habe zum Gewicht ja noch gar nichts verraten. Wie gesagt, das Google fast 260 Gramm, das Honor Magic V3 226 Gramm. Also ungefähr genauso wie mein S22 Ultra, da werde ich keinen Unterschied spüren. Krass, oder? Dass das Honor da hinbekommen hat. Und unglaublich, vor allem mit diesen ganzen Specs, also mit diesen ganzen technischen Daten, mit diesen ganzen Hardware, die dort auch noch verbaut ist. Ich zähle einfach mal ein paar Sachen auf. Zum Hauptdisplay bin ich schon gekommen, 7,92 Zoll. Übrigens trotz auch LTPO und AMOLED-Technologie. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr habt auf einmal LCD drin. Aber damit habt ihr, glaube ich, auch schon gerechnet, dass es auf dem Foldable ist. War vom Markt auch nichts Besonderes. Also ich glaube, es hat auch mit AMOLED-Displays gestartet und wird vielleicht auch mit AMOLED-Displays enden. Keine Ahnung. Fünftausende Zelligkeit beim Innendisplay. Wir haben auf einer Front-Display, ebenfalls AMOLED, auch 6,43 Zoll. Das habe ich ja schon bereits erwähnt. Auch 5000 Nits. Dann haben wir, wie gesagt, den Snapdragon 8 Generation 3 SoC verbaut. Habe ich vorhin gesagt, Snapdragon 3 aus Versehen. Ich meine natürlich den Snapdragon 8 Generation 3, falls ich nur 3 gesagt habe. Dann als Kameras wissen wir schon mal, dass wir eine 50 Megapixel Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung verbaut haben. Eine 40 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und eine 50 Megapixel Periskopkamera. Also wir haben auch ein Teleobjektiv, wenn ich das so richtig nachgelesen habe mit 3,5-fachem optischen Zoom. 3,2, 3,5 glaube ich war es irgendwie so in dem Dreh. Also das ist auf jeden Fall der optische Zoom, den ich am meisten nutze. Ich nutze ganz gerne bei meinem S22 Ultra zum Beispiel auch den 10-fachen optischen Zoom. Aber trotzdem, ich glaube, mit der Kamera könnte ich mich dann irgendwie noch anfreunden, wenn ich mit der Farbwiedergabe, mit den Fotos, die einfach so ausgegeben werden, einfach zufrieden bin, auch von den Farben her. Das ist mir halt wichtig. Das ist bei Samsung und Google, gefallen mir beide sehr gut. Und bei den anderen fast, ja, eigentlich gibt es da keinen anderen Hersteller mehr, wo mir das wirklich richtig gut gefällt, außer bei Samsung und Google, zumindest im Android-Bereich. Deswegen bin ich gespannt, wie das hier der Fall sein wird. Ich habe da ein bisschen Angst, dass ich enttäuscht werde, aber ich hoffe nicht. So, Frontkamera, außen und innen haben wir eine Frontkamera. Nicht so wie beim Samsung Foldable, wo es dann so eine versteckte Frontkamera ist, so eine durchsichtige, die man nicht sehen kann, wo dann aber auch die Frontkamera oder Selfie-Bilder halt nicht so geil sind. Hier haben wir halt eine sichtbare, jeweils außen und innen mit 20 Megapixeln. Als Speichervariante werde ich dann die 512-Gigabyte-Version nehmen. Es gibt wohl angeblich vielleicht auch eine 256, die habe ich aber gar nicht gesehen. Keine Ahnung, ob ich mir sicher, ob ich jetzt etwas Richtiges erzähle. Deswegen, ja, 512-Gigabyte-Variante wird es auf jeden Fall geben. Vielleicht gibt es auch eine 1-Terabyte-Variante. Das werden wir alles am 5.9. genauer erfahren. Und dann haben wir eben einen 5.150 mAh großen Akku verbaut. In einem so dünnen Foldable-Smartphone. Warum kriegt einer das hin und andere nicht? Das finde ich sehr schade. Also ich erhoffe mir jetzt hier auch eine gute Akkulaufzeit. Wenigstens von einem gesamten Tag. Laden, das ist der nächste Punkt. Beim Google, ich habe es ja gekauft, 1.800 Euro. Okay, ich habe noch ein Smartphone, hätte ich auch eingeschickt. Ein Trade-In-Programm wären wir bei 1.500 gewesen oder so. Aber ich habe es gekauft quasi, da habe ich es storniert. Und da gibt es Schnellladen von 45 Watt. Okay, klar, ihr wisst, ich komme vom Samsung S22 Ultra. Auch beim S24 Ultra, das ist kein Unterschied. Da gibt es auch nur 45 Watt. Könnte man sagen, habe ich mich daran gewöhnt. Aber trotzdem finde ich es sehr schade, weil ich bin ja auch die ganzen Xiaomi oder chinesischen Handys gewöhnt. Und da ist 45 Watt einfach ein Witz. Hier auch. Und zwar haben wir hier 66 Watt schnelles Laden. Dankeschön. So geht das. Und 50 Watt auch noch kabelloses Laden. Dankeschön. So funktioniert das, Samsung. Warum macht ihr es nicht auch so? Und Google ebenfalls. Es ist mir ein Rätsel. Aber okay. Dünnstes Gerät, leichtestes Gerät. Mit dem größten Akku und dem schnellsten Laden. Also, das ist auf jeden Fall meine Ansage, würde ich sagen. Das sind halt die Gründe, warum ich mich darauf freue. Naja, 5G und so weiter und so fort haben wir natürlich auch. Wir haben MagicOS 8.0.1, also MagicOS 8 drauf, ab Werk. Das basiert dann auf Android 14. Und da bin ich halt auch sehr gespannt drauf. Wie wird die Software? Wie werden die Updates sein? Naja, da sind wir jetzt, glaube ich, auch. Das ist jetzt auch nicht so besonders bei Honor gelaufen. Das finde ich bei Samsung wieder richtig cool. Da sind die Updates wirklich sehr gut. Und bei Google ebenfalls. Ich denke mal, hier werde ich nicht allzu viele Updates bekommen. Aber eventuell könnte ich das auch noch verkraften, wenn das der Fall wäre. Aber ich hoffe, dass MagicOS 8 schön anzusehen ist. Schöne Einstellungsmöglichkeiten es gibt. Ich mag ja auch HyperOS. Also deswegen, wenn es ein bisschen bunter wäre, würde ich es auch nicht so schlimm finden. Ich bin gespannt, was es für KI-Features geben wird. Es wird bestimmt wieder welche geben, so wie es jetzt überall ja immer große KI-Features gibt. Auch auf dem Event wird man bestimmt darüber reden, wie man, ich glaube, da gibt es jetzt sogar auch schon Werbung für, wie Menschen wegradiert werden können. Aber das geht ja eh schon eine ganze Weile auch bei Google. Und ich bin halt sehr neugierig auf die Kameraleistung. Das sind die beiden Punkte, die mich am meisten interessieren. Und der Preis natürlich auch. Da kann man auch nur so ein bisschen Glaskugel-Leserei machen. Ich gehe davon aus, dass es hier in Deutschland natürlich ein bisschen mehr kosten wird als in China. Da fängt das Ganze, glaube ich, bei 1.300 Euro an. Zumindest bei Trading Shenzhen, wenn man es importiert. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich gehe davon aus, dass es hier wahrscheinlich irgendwas um die 1.500 Euro kosten wird. Wenn man sich die anderen Vorbilds anguckt von Google, Samsung, könnte man vielleicht sogar sagen, dass es irgendwas zwischen 1.500 und 2.000 Euro kosten wird. Abwarten. Das ist natürlich auch nochmal interessant. Diese drei Faktoren, Preis, Kameraleistung, Software. Das sind die drei Faktoren, die ich jetzt aktuell noch gar nicht so richtig abschätzen kann, leider. Und was auch für mich dann die Kaufentscheidung treffen wird. Wenn diese drei Faktoren gut sind, wenn Software nicht perfekt ist, aber dafür Kameraleistung und der Preis jetzt auch nicht krass überteuert ist, also jetzt nicht 2.000 Euro kosten wird das Gerät, dann könnte ich mir das auch vorstellen, dass ich mir das Honor Magic V3 als meinen Daily Driver gönnen werde. Ich hoffe auch, dass Honor hier genügend Stückzahl dabei hat vom Honor Magic V3, damit dann auch alle 1 bekommen, die 1 bestellen. Ich werde halt auch wahrscheinlich drunter sein unter den ersten. Ich glaube, um 14 Uhr wird das Ganze vorgestellt beim Event am 5.9. Vielleicht beginnt dann auch schon der Verkauf online. Guckt euch dann am besten auch noch die Webseite an von Honor. Da kann man jetzt ja auch schon sehen, dass es am 5.9. so weit sein wird. Und dann kriegt man da auch noch irgendwie 300 Euro Gutschein, glaube ich, was man hoffentlich dann gegenrechnen kann. Und vielleicht auch noch das eine oder andere Goodie. Vielleicht noch eine Watch oder sowas von Honor oder Kopfhörer. Mal gucken. Da bin ich auch mal gespannt, was es noch so dazu gibt. Und ja, ansonsten, wie gesagt, es wird bald auch dann noch ein Video zum Honor Magic V3 kommen, welches ich mir dann auf der IFA angeschaut habe. Und dann hoffentlich auch noch eins, was ich dann hier habe und testen werde. Also, am besten diesen Kanal abonnieren, wenn ihr diese ganzen Videos zum Honor Magic V3 in nächster Zeit oder auch zu anderen Smartphones und so weiter und so fort nicht verpassen möchtet. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Danke schön. Vielen Dank.